Musik Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu One Piece Pirate Warrior. Ganz genau, wir zockern hier an unserem super glorreichen Speicherstand mit überhaupt keiner Energie weiter. Ja. Wer sich noch dran erinnert, ich tue es noch ziemlich gut, weil es für mich gerade erst passiert ist. Alter, okay, jetzt bin ich tot. Ja, das war sehr gut. Warum sitzt der da? Ich habe keine Ahnung. Geil. Game over. Folge vorbei, ne? Ja, das war es. Wir sehen uns morgen. Wiederholen ist gestohlen. Oh, volle Energie und... Volle Energie und Speicherpunkt, haha. Hahaha, ihr Schwächlinge. Trick 17. Was ist da oben, Pazifister? Komm her, jetzt mach ich alle. Obwohl, er waren zwei Pazifister, einer mit voll viel Energie noch, ne? Aber der hat nicht mehr viel. Schwach. Aua. Da. So, jetzt hat er genug. Territorium I, je nach geradeaus. Je nach geradeaus? Da, wo es grün leuchtet. Also umdrehen. Äh, da lang. Ja. Tidu. Auf auf und davon. Ich glaube, da lag irgendwas, ich weiß es nicht. Ich habe im Augenwinkel was leuchten sehen. Ja, das war das Speicherbuch wahrscheinlich. Oder Früchte. Achso, jetzt kann ich ja hier in Ruhe das Territorium einnehmen, wo ich Energie habe. Weg mit euch. Ja, da kommen wahrscheinlich dann nur noch ein paar Pazifister und Centomaro, aber... Ja. Das sollte ruhig bleiben. Die haben wir auch schon gesehen. Auf meiner Flucht. So, was ist hier los? Territorium. Ihr wollt ein Territorium verteidigen. Ihr seid schwach. Juhu. Ich würde sagen, ich sammle die hier nochmal, so ein paar Leute. Ja, guck mal, er mit seinem Schwerteingriff fällt voll daneben. Los, verfolgt mich, verfolgt mich. Juhu. Jetzt habe ich den einfachen Weg gewählt. Ahm. Naja. Geilo. Verwirrt, die Moral sinkt. Die Moral sinkt. Mission abgeschlossen. Mission abgeschlossen, okay. Die Gruppe stolt, paraten. Hallöchen. Da sind sie wieder. Bartolomeus Bär ist aufgeraucht, ja. Schon wieder? Ja, vorhin ist es hier nur ein Pazifister. Oh. Morte. Hä? Was passiert jetzt? Aha. Ich sag ja. Disneyland. Nein, ich glaub... Ich bin Nico Robin und der Spielzaun ist auf einmal mega launch geworden. Warum ist das... Wo? Wo? Boah. Warte, nein. Nein. Nicht beenden, ey. Es ist auch... Aber hier ist alles... Jetzt ist es wieder leise. Merk mir. Merk mir. Oh, cool. Oh, ein Gewitter. Ihr geht jetzt sofort auf euer Zimmer und singt eine Ballade. Wer ist das? Wer ist das? Wer es kennt, ist aus South Park. Mein Ohrfeinengebeter, ey. Oh, mit Nami. Aber wie geil, ey. Klatsch, schreib, klatsch. Oh, Nami ist auch am Start. Oh, oh, ey. Das ist ja ausartet. Oh, riesige Hände. Wer hat also zusammengeplatscht hier. Oh, Dreieck, Vierieck. Dritter Fleur. Peng. Uh, riesige. Oh. Das Kampfsystem muss man aber jetzt mal ein bisschen verstehen. Klatsch, klatsch. Ich mach mal hier so einen Special-Angriff. Uh. Close-up, Magic. Ja, man hätte auch jede andere Kamera-Pest. Perspektive wählen können. Aber nein, man hat es nicht getan. Zauber der Kamera-Pest. Oh, wie cool es aber eigentlich ist. Juhu. Oh. Oh, ist. Wer schlägt da noch raus? Wo ist Sanji, wenn man den braucht? Tolomeus Bär. Schon wieder. Guck mal, ich klopke mich da hinten ohne... Oh. Gott, was ist jetzt los? Blub, blub. Die werden alle ins Disneyland geschickt. Oh. Cyborg, Cranky und wieder voll laut. Sorry, Leute, aber... Muss nochmal sein. Ja. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ja. Boah, jetzt geht's ab. Cranky hier. Link mal da oben ist auch eine Cola-Anzeige. Ja. Krass. Linke Bohnen. Bam. Ja, super, du darfst Pazifista besiegen. Alter, wie krieg ich denn Cola? Na nicht, SP? Da ist doch was. Oh, nee. Gar nicht. Ach, R2, steht doch da. Ei, ei, ei. War geil, ey. Goop the Burst. Schwierigkeiten. Frankie macht noch ein bisschen mehr Schaden an sich, aber... War, 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 wir haben voll, ey. Oh, oh. Ich glaub, den treff ich gar nicht jetzt, oder? Nein, ich treff gar nichts. Ich wollte eigentlich Cola-Anachschub machen. Strong right. Oh. Oh, lass Schopper in Ruhe. Ich hab eine Münze bekommen. Na, der hat den Turm eingenommen, dann musst du den Pazifista noch bleiben. Heh. Ja, der lässt aber Schopper auch nicht in Ruhe. Na gut, Schopper rennt dir an dauernd hinterher. Du kickst ihn jetzt halt nach oben. Ich muss Cola trinken. Boah, das ist... Frankie kommt sonst nicht weiter ohne Coke, ey. Bei 3 Grad? Das weiß ich nicht, was da Frankys Lieblingstemperatur ist. Also meine ist 3 Grad. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Schön kühl. Ah, bist du noch geschlossen? Aber ich hab mal eine Doku gesehen und weiß auch, woher das kommt, Coke, bei 3 Grad. Ah. Ja. Weil bei Coca-Cola auf dem Werk wird das nämlich, äh, oder generell, wird das bei 3 Grad abgefüllt, weil es da nicht schäumt. Aber so ist es auch einfach am coolsten. Ich mag Getränke über Qualität. Blups. Komm, jetzt stehst du nicht. Oh nein, Levelaufstieg und lauter Ton. Kurz den Ton, oh, nein. Nein. Mann, 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 das ist aber doof hier, dass da immer der Sound auf einmal so ausrastet. Na. Hallo, wo muss ich denn jetzt hin? Frankie, button und beides Bär. Oh, er hat das kurz, kurz verlassen, hat er das Schlagfeld. Wann kommt der denn wieder? Haben wir überhaupt vor, an, wiederzukommen? Welche Tür war das jetzt wieder, ne? Ja. Ähm, äh? Ach, ja. Ah, wenn ich Kletter-Action. Oh, Flug-Action, ah, ja, oh, das war aber schon fast nicht mehr realistisch. Da ist ein Karussell. Was? Kommt ja hinten, ne? Ja, wir bist so im, äh, Freizeitpark. Oh, Kizaru. Alter, was macht der denn jetzt hier? Amiral-Gelber-Affe. Ja. Sieht doch manchmal aus, ey. Ich suche das Original-Fug-Action. Er teleportiert sich. Boah, ich glaube, ich habe ihn aber im Move, ey. Das ist ja auf jeden Fall nice. Bam. Junge, Junge. Wow, nochmal nach oben, ey. Und, jawohl. Paz. Er ist genau unter dem Fuß gewesen. Alter. Juhu, oh nein. Oh, oh. Lass mich in Ruhe, ich bin ein Kind. Ich bin nur ein kleiner Junge. Ich bin nicht zufällig vorbeigekommen. Äh, ich wollte eigentlich in den Park, ne? Nein, oh nein, oh nein. Uh. Okay. Lissau, kann ich mich mit dir verbinden anscheinend nicht? Autsch, boah, die kamen ja alle zusammen, ey. Mhm. Wo ist denn der Gelber-Affe hin? Weg, du hast sie in den Plagg gemacht. Du hast das Original gefunden. Nee, der ist ja wieder. Der, der Schlachtfeld, kurz verlassen, stand auch. Unten. Er hat die Lichtfrucht gefuttert. Der bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit. Aber an sich ist er ja ganz cool, ne? Ja. Ja. Oh. Haha. Cooler Anzug, man. Mhm. Wie riesig er ist, ey. Ja. Oh, ich glaube, das Fass hier macht sogar SP voll. Mhm. Geschwindigkeit ist Masse. Äh, Lichtfrucht. Mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Huh? Aha. Grinded by the light. Wake up like a douche. Ha, traust dich wohl nicht raus aus deinem Gebiet, ey? Oh, doch. Er hat ein Licht, er hat ein Licht, er hat ein Lichtschwert gezogen. Ja, ist ja auch Licht. Ja. Gum-Gum-Gewerr, Gum-Gum-Sturm, zweiter Gang, dritter Gang. Party! Oh, oh. Oh, da machen aber noch ein paar andere mit, glaube ich. Gut. Wo ist er hinten? Uh. Auf jeden Fall fliegt er da irgendwo mit drin rum. Boah, er hat auf jeden Fall gut Schaden gekriegt. Aber jetzt muss ich erst wieder... Piuuuuus. Wuluh-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum-Gum. Voll der süße Strohhut. Hui. Hui. Seht mich an, ich bin so niedlich. Nein, 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 nein. Jetzt nicht mehr. So, wo lang? Was ist hier los? Wahrscheinlich... Karte, blinkt da noch irgendwo was? Da ist so ein Raketenweg. Territorium J. Territorium J. Ja. Hui. Sabaudi, da steht's doch. Ich muss mich da dran schleudern oder was? Oder einfach runterhüppeln? Ich hüppel einfach runter. Bonjari! Soll ich da wieder hoch jetzt? Oder mal einfach weiter geradeaus? Vielleicht komm ich hier auch hin? Löst doch ein bisschen Schwierigkeiten. Irgendwo da unten. Hey, du musst ja auch erstmal klarkommen. Das ist ja... Oh, da. Das ist ja... La Pazifist. Warum stand der hier eigentlich in der Ecke und hat den Eisstand überfallen? Guck, er stand an dem Eisstand. Vielleicht braucht der wenig Kühlung. Alter, der smasht mich ja voll kaputt. So ein Laser muss doch gekühlt werden. Löst, hopp! Da ist er. Was geht ab? Löst, wir machen hier die dicken platt. San Tomaro! Oh. Der wollte ja irgendwas aufladen, ey. Wie er heute steht, ey. Er, da ist ja es. Haha! 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 Was macht er denn da? Die Kamera! Hier fight's von oben, in der Ecke. Ja, schon in der Eckenkämpfe. Das war vielleicht keine gute Idee, sich hier in die Ecke zu... Echt, lass mal hier wieder gehen. Lass dich mal da in die Richtung prügeln. Komm over hier. Ach, da ist ne Kiste. Bitte lass Energie drin sein. Ja! Haha! So ist das Leben gleich viel sinnvoller, wenn man Fleisch im Magen hat. Ja. Mann, 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 der Klöppel hier, der hält aber auch einiges aus. Ja. Gut, ja. Ey! Kommt nämlich davor raus. Ich hab das extra für ihn gecharged. Glyssop zieht sich gleich zurück. Ey, Glyssop hängt am Pazifister fest. Haha! Es gibt wieder schlechte Bewertungen hinterher. Ja, ich glaub, wenn der down ist, dann ist es wieder vorbei, ne? Meinst du? Ja. Nein, oh nein, oh nein. Hier, au! Oh! Glyssop fliegt, oder? Ne, siehste, oder? Oh doch, ich glaube... Hass! Ich will weiterschlagen! Nein! 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 Nein, du kannst immer noch laufen. Echt, so lange laufen kann? Nein! Warum kommt jetzt so eine dramatische Szene? Wir hatten es bislang noch nicht, dass irgendeiner von denen kaputt gegangen ist. Warum hatten wir das noch nicht? Weil wir gut waren. Okay, okay. Wie weit sind wir zurückgefallen geht, wa? Ja, Kizaru platt machen, ne? Ich glaub, ich konnte den ja eh noch nicht ganz platt machen. Ne, er ist mit Nami abgehauen. Boah! Dritter hergeduckt, ey. Jetzt geht's voll auf die Nuss. Ui! Ei, ei, ei. Oh, oh, ich bin schon weg. Er benutzt dich als Schuh. Bei dem kann ich in die Tasche klettern, da. Ja. Junge! Ich mach doch mal. Ui, 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 ui. Jetzt haut er mit dir ab, wa? Mhm. Okay. Ja, wenn ich jetzt so wüsse, wo Territorium 11 ist. So. Lysop, lass dich diesmal nicht töten. Ne, J. Territorium J. Es muss ja blinken. Ja, ich glaub, das ist das ganz unten rechte. Ach, weil das, ach, das blinkt auch grün irgendwie. Mhm. Oder ist das nur ein Zeichen, dass einer meiner Kameraden dort ist? Ich, ich werde nachschauen. Ja. Ich schätze, hier müssen wir lang. Und dann hier lang. Ich glaub, diesmal wird ein Schuh draus. Ach, lass mich in Ruhe. Oh nein. Ähm. Laser. Jetzt geh ich mal da lang. Mhm. Und dann guck ich mal, was hier so vor sich geht. Hallo, was ist hier für ein... Chopper. Na, Chopper sah aber auch nicht mehr ganz so gut aus irgendwie. Territorium B. Irgendwie ist die Bazooka auch nicht mehr das, was sie mal war. Hä, 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 hä. Na komm. Bam. Ich will damit wenigstens ein bisschen SP auftanken, so zwischendurch. Guck mal, das ist doch jetzt auch gleich schon übernommen hier. Dann bräuchte ich das wenigstens wieder hinterher nicht übernehmen. Mhm. Ich glaub, letztendlich muss man immer alle übernehmen. Oder haben wir beim letzten Mal eins ausgelassen oder so? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Na ja, ich glaub, bei Ähnliches Lobby haben, glaub ich, nicht alle eingenommen. Ach, egal. Oh. Dafür nehm ich das hier jetzt ein. So, flüchtet, flüchtet. Vor der Macht meiner Gummisohle. Ne, da nicht. Da. Links. Links? Da. Ah. Gerade auch durch. Aber hier kam er vorher sowieso auch noch nicht hoch. Deswegen kann man in das Gebiet sowieso später erst rein. Oh Mann, ey. Da wär ich schon fast wieder dagegen geklatscht. Mhm. Das ist nichts für meinen alten, schwachen Puls. Oh. Voll der Frechdachs. Ich würd sagen, er hat dich erwartet. Ja. Sniperte voll um die Ecke. Boah, wie kannst du es wagen? Und hier sind Kisten. Gib mir das Fleisch. Und das hier. Gib mir das. Gib mir das. Sammel das ein. Er hat nicht auf zu sprinten. Ach, du Kacke, ey. Ich glaub, ich prügele mich erstmal hier ein bisschen. So. Ich hätte nämlich gerne, ups, die SP-Folge gehabt. Und jetzt kannst du ihn gerne wieder anvisieren. Aber jetzt, wo ich ihn anvisieren will. Sorry. Ne, da ist er. Oh. Oh, oh. Verdammt, ey. Warum ist der abgehauen? Blöder Lichtgeschwindigkeits-Opse. Ah. Ne, du hast ihn, glaub ich, doch noch mit erwischt. Ah, er kommt nicht ganz. Ah, den hat er aber abgekriegt. Er hat noch Schaden bekommen. Ein wenig. Der Lichtgeschwindigkeit hätte sich einfach davon. Die Gruppe Marine ist aufgetaucht. Ja. Lasst mich. Guck mal, wie sie alle auf den kleinen Mann einschlagen wollen. Das ist voll unfair und gemein. Aber der kleine Mann wäre auf einmal groß. Jetzt ist es nicht mehr so unfair. Aber gemein ist es immer noch. Mhm. Warten doch. Oh, da, 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 da. Ey, der ist nach Chopper gehöft. Hier ist nach Chopper. Und wo ist das jetzt? Hier lang? Chopper ist da, wo du gerade wegkommst. Bei B, also hier. Ja, du kommst. Ja, ja. Oh, man, ey. Ich weiß nicht, ob Chopper noch genug Energie hatte. Er war sehr niedrig. Auf jeden Fall relativ wenig. So, jetzt hier sein lassen. Das ist eh nicht mehr dein Gebiet. Oder euer Gebiet. Schön, Ruh. Das ist ja für komische Geräusche, man. Aber er redet ja auch so. Jetzt von hinten. Boah, Riesenfaust. Wie fiest. Oh. Ey, das ist voll unfair, dass er sich so teleportieren kann. Guck mal, wie er einfach weggeht. Ja. Oh, scheiße. Herbegemein. Ja. Immer vielleicht manchmal so, wenn er irgendwie gestunt ist oder so. Aber das geht auch schwer. Ja, irgendwie kriege ich ihn gar nicht gestunt. Ey, ey. Ey, guck mal, der Chopper, Raphael. Das Knuddel-Team. Du, 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 du. Ach, nein. Wo muss ich die Ecke raus? Jetzt will Chopper sich aber hier in der Ecke prügeln. Ja, Chopper ist doof. Jetzt nicht im Allgemeinen, aber in dieser Situation. So schnell kann ich ihn gar nicht wieder herdiven. Na, ist schrecklich. Was passiert, Lohn? Wie Chopper flieht? Nein, nicht schon wieder. Alter, was... Der rennt doch immer aus rein. Könnte ich mal mehr angreifen. Dann, 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 dann. Game over. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Episode weiter. Das wird mir hier viel zu stressig für... Ich brauche erst mal einen Beruhigungstee. Alles klar, Leute. Wir sehen uns dann, würde ich sagen, in der nächsten Episode. Und da werden wir dann auf Ja drücken, wenn es heißt, wiederholen, Fragezeichen. Auf Wiedersehen.